ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Banana Boom Boom Action! Wo ist meine nutzlose Heizschwester? Banana Boom Boom! Mach sie alle krumm! Black, verwandle mich! Sie ist vor allem auf mich wütend. Vielleicht kann ich vernünftig mit ihr reden. Leider kann niemand vernünftig mit deiner Schwester reden. Bleib hier, ich versuche einen Ausgang zu finden. Tiki, verwandle mich! Ja! Wenn du nicht aus deinem Versteck kommst, Zoe, verwandle ich jeden in Paris in eine Banane. Und das ist dann alles deine Schuld! Meine Schuld. Hey Bananenkönigin! Was ist deine Superkraft? Lässt du alle auf Bananenschalen ausrutschen? Das wirst du gleich rausfinden, du leckerlige Hörner! 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 Vorsicht! Shadow Moff war sehr großzügig zu Chloe. Ich bin ja etwas neidisch auf ihre Ausrüstung. Total unnötig. Nichts ist besser als Cat Noir und Ladybug. Miau. Wir sind ein perfektes Duo, Milady. Tja, wir haben auch Zubehör. Glückspringer! Ein Roller, Helme, Kleber, Patronen, Luftpumpe. Alles, was man braucht, um einen Reifen zu flicken. Da habe ich viel zu verarbeiten. Trotzdem fehlt noch irgendwas. Aber was? Hey, Chloe! Hier bin ich! Natürlich! Zoe! Hey! Bist du bereit, deine transatlantische Reise mit dem Bananen-Express? Nur wenn du versprichst, Paris dann zu verschonen. Natürlich! Ich verspreche, ich bin dann ganz brav! Du wirst dein Versprechen nie halten! Natürlich nicht, du Bananen-Hirn! Banana-Bum-Bum! Schnapp sie dir! Kippler! Schütz uns! Katakrythmus! Wenn er außer Kontrolle ist, ist Banana-Bum-Bum noch zerstörerischer. Viel Spaß, ihr zwei! Halt dich fest! Hier ist die Ich bin sehr Folgen, Georg sl步inarunter. Bis zum nächsten Mal einig! Tschüss! Alles, sehen Sie in deopodob Minneapolis!